Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zum dritten Spieltag der Champions League. Diesmal haben wir wieder alle Spiele in einem Video, das war letzte Woche ein bisschen kompliziert. Naja, ist ja auch egal. Tippt gerne mit in den Kommentaren, wenn ich das nicht schon gesagt habe. Vielen Dank fürs Reinschalten, viel Spaß jetzt mit dem ersten Spiel. Schachter Donetsch gegen Borussia Mönchengladbach und ich würde sagen, los geht's! Es würde diesen beiden Mannschaften hier nicht gerecht werden zu sagen, dass Inter Mailand und Real Madrid durch diese Gruppe durchspazieren werden. Das hier ist nicht das Duell um Platz 3, nicht zwangsläufig. Eventuell schafft es eine oder sogar beide Mannschaften in die K.O.-Runde der Champions League. Schachter Donetsch hat 4 Punkte gesammelt, Gladbach 2, aber eben gegen Inter und gegen Real. Die erste Halbchance gehörte den Gästen aus Mönchengladbach, Christoph Kramer, aber doch recht deutlich am Tor vorbei. Dann Schachter Donetsch im Vorwärtsmarsch. Knappe 25 Minuten gespielt, über die linke Seite soll's funktionieren. Gladbach ordnet sich da noch ein wenig. Marlos dreht sich um den Gegenspieler rum, sieht TT und das ist etwas Glück. Glück und noch mehr Glück, dass der vom Rücken von Jan Sommer dann nicht ins Tor reinprallt. Zehn Minuten später, Borussia Mönchengladbach hier auf Augenhöhe. Es war tatsächlich ein ausgeglichenes Fußballspiel. Alassane Playa. Überragend, aber ein Zentimeter fehlt dann für Lars Stindl, dass er da mit der Fußspitze an den Ball rankommt. So bleibt es erstmal beim 0 zu 0. Nach 45 Minuten Gladbach hätte sich durchaus belohnen können, aber eben auch Donetsch. Nicht gänzlich ungefährlich. Halbzeit Nummer 2. Ginter mit dem weiten Schlag. Der wird zur Vorlage für Jonas Hofmann. Der zieht in den Strafraum ein. Hofmann zieht nochmal zurück, aber der Pass. Der Pass ist dann ungenügend. Zu weit in den Lauf. Nicht mehr erreichbar. Das wäre die große Möglichkeit gewesen, aber Gladbach wollte unbedingt den Dreier mitnehmen. Neuhaus. Zu Alassane Playa. Alassane Playa. Da dauert es eigentlich einen Augenblick zu lange, bis er abschließt. Und trotzdem kommt da so eine Möglichkeit noch bei rum. Die zweite Hälfte ging erstmal klar an Gladbach. Schlussphase. Jetzt noch einmal Donetsk. Leiner klärt er nicht gut. Solomon. Der Pass zu Tyson. Und der kam nicht aus dem Abseits. 82. Minute. Das 1.0 für die Ukrainer vor Bayernjad Sommer. Gladbach steht hier momentan mit deren Händen da. Gegen Inter und gegen Real haben sie späte Gegentreffer kassiert. Vielleicht drehen sie den Spieß jetzt einmal um. Jonas Hofmann. Kramer zu. Neuhaus. Stindl. Antonio dazwischen. Donetsk warf jetzt alles rein. Gladbach kam nicht mehr zum Ausgleich, der mindestens verdient gewesen ist. Eine bittere Niederlage hier gegen Donetsk, die vermeidbar war. Aber man hat eben seine Möglichkeiten auch nicht genutzt. Der FC Salzburg hielt lange mit mit Atletico Madrid. Am Ende verlor. Man steht jetzt nach zwei Spielen mit einem Punkter. Der FC Bayern München hat seinen Soll komplett erfüllt. Sechs Punkte momentan nach sechs Spielen. Auch wenn es gegen Moskau am Ende raus doch etwas glücklich war, verdient war es dennoch. Hier aber RB Salzburg, wie sie ja im Vereinsfußball heißen international, unter dem Namen FC Salzburg unterwegs, startete hier nicht verkehrt. Und David Alaba, wo jetzt klar ist, der wird nicht mehr verlängern beim FC Bayern München. Schmeißt hier trotzdem alles rein. Ist ja auch der Anspruch an einen Fußballspieler. Über eine halbe Stunde gespielt. Der FC Bayern München sehr abwartend. Schon wie gegen Lok Moskau. Ließen sie auch hier einiges zu. Siku Keuter in der 32. Minute mit dem Führungstreffer für Salzburg. Und das war durchaus verdient. Der FC Bayern München wusste, okay, jetzt müssen wir wirklich was machen. Und sie machten etwas. Über Serge Gnabry, der erstmal angeht, dann stecken bleibt. Aber da rücken ja einige Spieler nach. Joshua Kimmich, Thomas Müller, lange im Ballbesitz. Dann dieser geniale Pass zu Leon Goretzka. Und er steht 1 zu 1 nach 37 Minuten. Superpass durch zwei Spieler durch. Vor allem Ramaglio als Innenverteidiger darf sich aber nicht so überlisten lassen. Nichtsdestotrotz war das einfach ein genialer Pass. Wenige Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit. Jetzt der FC Bayern mit dem Ernst der Lage. Hier auch die bessere, die stärkere Mannschaft, die ihre Möglichkeiten auch ausspielte. Robert Lewandowski, der noch geschont wurde gegen den 1. FC Köln hier mit dem Kopf. Nicht schlecht, aber auch eben pariert. Jetzt wieder Salzburg. Sie ergaben sich nicht. Haben gegen Atleti gezeigt, dass es eben auch nach vorne gehen kann. Haben dort sogar geführt. Keuter und Berischer. Manuel Neuer macht sich ganz groß. Das ist stark gemacht. Mit dem Oberschenkel. Wehrt er den ab. Um ein Haar. Das 2-2-1 für Salzburg. Stunde gespielt. Jetzt wieder der FCB. Kimmich. Lewandowski. Und das lässt er sich nicht nehmen. Nicht in der Form, die er momentan besitzt. Da ist tatsächlich aktuell jeder Schuss ein Treffer. Doch der FC Salzburg erstreckte sich noch einmal. Kamara. Wo ist die Lücke? Keuter. Berischer. 2-2. Das bewiesen sie in der Bundesliga gegen Arminia Bielefeld. Und das bewiesen sie gegen Zenit St. Petersburg am 2. Spieltag der Gruppenphase der Champions League. Letzte Woche hier gegen Klub Brügge musste aber trotzdem erstmal eine Leistungssteigerung her. Ansonsten könnte das auch ins Auge gehen. Klub Brügge hat gegen Lazio gezeigt, dass sie da mit dem Besten der Gruppe auch mithalten können. Und dementsprechend war auch der BVB gewarnt. Eckball von der rechten Seite. Thomas Delaney steigt da hoch. Viertelstunde gespielt. Keine schlechte Möglichkeit, aber im Endeffekt auch kein Problem für Mignolet. Nun auch Klub Brügge mal vorne vorstellig. Einige wenige Aktionen gab es. Ritz. Der Pass zu Warnacken. Und 1-0 für Klub Brügge in der 39. Minute. Das kam dann zu diesem Zeitpunkt doch ziemlich überraschend. Verdient war es nicht, aber es war eiskalt. Und das ist in der Champions League dann nochmal einiges mehr wert. Der BVB hatte aber auch noch genug Zeit, das Ganze zu den eigenen Gunsten zu drehen. Und spielte einfach weiter positiv nach vorne. Sancho zu Thomas Delaney mit der Hacke zu Sancho. Und etwas unglücklich. Dann Marco Reus in dieser Situation. Wird angeschossen. Steben abseits. Kommt da nicht rechtzeitig weg. Versucht sich da aus der Schussbahn zu nehmen. Der hätte vermutlich sogar gepasst, dieser Schuss. Trotzdem, Dortmund verzagte nicht. Reus, Haaland zu Sancho. Haaland läuft durch. Und steht dann am zweiten Pfosten völlig frei und leicht aus. 65. Minute. Die verdiente Ausbeute mittlerweile für eine drückend überlegende zweite Halbzeit. Und klar, der BVB wollte mehr. Hazard. Die Flanke ist gut. Der Kopfball noch besser. Spiel gedreht in der 71. Spielminute. Da war jetzt Klubbröge doch etwas überfordert. Und musste sich mit diesem Gegentreffer begnügen. Es kam auch erstmal nicht das große Aufbäumen. Der BVB blieb dran. Delaney. Was für ein Pass. Und Hazard. Nach langer Verletzungspause kommt er langsam wieder rein. Und zeigt, dass er echt gefehlt hat. Super Abschluss zum 3 zu 1 Endstand. Verdientes Resultat. Der BVB war hier die bessere Mannschaft über 90 Minuten. Und konnte dann sogar mit einem Halbzeitrückstand sehr gut umgehen. RB Leipzig bekam von Paris Saint-Germain in der Vorsaison im Halbfinale eine Lehrstunde und ging dann ohne Finaleinzug nach Hause. Jetzt gegen die Franzosen auch nicht unbedingt ein leichtes Unterfangen. Zumal PSG auch unter Druck steht. Konnte man hier erstmal nicht sehen. Moiskeen in der 11. Minute mit dem 1 zu 0 für die Gäste. PSG muss jetzt unbedingt nachlegen. Am ersten Spieltag ja verloren gegen Manchester United. Am zweiten dann gewonnen. Arbeitssieg eingefahren gegen Basakşehir. Und RB Leipzig, da sollte am besten auch der nächste Sieg her. Gegen die aber trotzdem favorisierten Parisa. Yusuf Paulsen in der 17. Spielminute von der Strafraumkante zieht ab. Kim Pembe kommt einen Augenblick zu spät. Aber Navas kann den noch rausholen. Kurz vor der Pause noch einmal Leipzig. Benjamin Hendricks und Olmo. Flanke von Hendricks ist richtig gut. Und Angelino am zweiten Pfosten, der ein richtiger Knipser geworden ist. Der ist aber wirklich nicht leicht zu nehmen. Macht er trotzdem richtig gut. Viel fehlte dann nicht mehr. 0 zu 1 dennoch nach 45 Minuten. PSG glänzte hier aber auch nicht wirklich mit sensationellem Offensivfußball. Stündchen gespielt. Leipzig die klar bessere Mannschaft. Pausen zu Angelino. Quergelegt. Und da ist der Ball im Tor. Justin Kluivert. Mit dem hochverdienten 1 zu 1. Paris hat sich das selbst zuzuschreiben. Hat viel zu wenig gemacht nach der frühen Führung. Jetzt mussten sie wieder. André Di Maria. Moiskin legt nochmal zurück an der Herrera. Marquinhos. Kylian Mbappé. Aber der war heute extrem unauffällig. Mbappé. Hier scheitert er an Goulash. Es war kein Abseits. Treffer hätte Gültigkeit bekommen. Schlussphase. Jetzt noch einmal Leipzig. Marcel Sabitzer. Paris schmeißt sich rein. Trotzdem bleibt Leipzig im Ballbesitz. Paulsen. Sabitzer. Und das ist der Lucky Punch in der 90. Minute. 90. Der Ball unten links platziert. Sabitzer mit dem 2 zu 1 für Leipzig. Die Entscheidung in dieser Partie verdient über das gesamte Spiel. PSG hat einfach deutlich zu wenig investiert. Das soll es dann auch wieder mit dieser Prognose gewesen sein. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Wenn es euch gefallen hat, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und Adios.